Moin Leute, willkommen zurück zu Battlefield 1. Weiter geht's. Nur die Freiwilligen natürlich, also alle. Verdammte Kinder. Sie wissen ja, wie das ist in diesem Alter. Förster. Scheiße. Ich muss zu ihm. Los, ich sag, ich hätte sie nicht gesehen. Nicht ihre Schuld. Doch, kann nicht. Ein toter Meer, mit dem ich leben muss. Los, los, sie haben nicht viel Zeit. Ich stürme allein eine Festung. Und ich habe Förster als Idioten bezeichnet. Ich stürme only. Ich schwöre mich. Ich kenne Fühne dorthin! Ich kenne Fühne dorthin! ich werde hier von einem ganzen dorf angegriffen ich kann mich von hier nicht weg bewegen ich kann mich von hier Was ist das? Geber domuz kılıtla! Und wer bringt es jetzt auch alleine zu Ende? Was? Schon wieder? Au! Ich schätze, es geht los! Komm schon! Ich mach euch fertig! Ich schätze, es geht los! Ich schätze, es geht los! Ich schätze, es geht los! Durch die... durch die Karre geschossen hat? Ich schätze, es geht los! Okay. 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 Ich schätze, es geht los! Ich schätze, es geht los! mehr haben sich nicht mehr! Ich schätze, die dich schätze aus! Was esse! Ich schätze, es geht los! Ich schätze, es geht los! Oh man. Das ist wirklich knifflig. Das ist wirklich knifflig. Das ist wirklich knifflig. Nice war noch ein engländer feuer auf ihre eigenen männer der schlusser hätte es zu sorgen sollen Die Leute, die Leute! Die Leute, die Leute! Was ist das? Ja, deine Munizung geht hier auch langsam. Ja, deine Munizung geht hier. 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 Ja, deine Munizung geht hier.